Hallo, ich bin Marcel, wir machen hier am Horizon Forbidden West weiter auf die PS5. Wir gehen hier mal die Ruinen an, Reliktruinen, Niemandsland, Gorkunde. Hier haben wir ein Dorf, ein bisschen die Porte. Ah, da muss ich mal schauen. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Die Kisten, die habe ich von hier nach oben gemacht. Mal schauen, was da drin ist. Ich gehe nach unten, die Ruinen an. Ein bisschen... Äh... Äh... Schreien wir es auf! Bei Alkohol! Oh, die hat doch nicht alles gezogen. Und dass sie durch die Lüftung hat... Er wird nicht mehr, oder? Er hat sich schon wieder am Husten. Dann ist er ein Versuch. Das ist das alles, was er sich denn noch nicht mehr hat. Er wird sein. Er wird das ein Versuch. Er wird ein Versuch. Er wird ein Versuch. Ich gehe in dort hinein, ich sollte doch die Tür nicht mehr haben. Schade, sagst du. Ich habe etwas auf, was sonst noch. Ich habe einen Hüt. Machen sie schon nochmal Sachen für den Vorrat Ein Relikt Wie komm ich da ran? Da kommt die Vorrat an 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 Hier ist eine Kiste zu runter, aber die bleibt mir noch nichts. Jetzt muss man aber ziehen, aber jetzt muss man die enge Oge kommen. Ja, das funktioniert. Gut, bin drin. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Ah, schade. Okay, schade. Das reicht gar nicht, schade, mega schade. Ich habe das Stück weg und hier, hier. Schauen wir doch mal. Und Taten beschädigt. Das ist aber auch schlecht. Beschädigt. Stromerzeugnis. So kann man keine Energiequellen aufladen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie man hier nicht rüberkommt. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Das ist in meinem Vorrat. 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 Aber eine leere Energiezelle wird viel ausrichten. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Das ist ein Vorrat. Das ist das, was ich damit abgeht. Das ist das. Das ist in meinem Vorrat. Da haben wir los da. So mit der hier die Kohalle. Ich denke es, ja. Hallo, geliefert. Was ist das? Ich glaube irgendetwas ist aufgeladen. Das dämpft den Fall. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Ah, wahrscheinlich passt da hin. Da. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Das wird mir aber noch nicht. Das wird da nicht mehr sein. Das wird noch gut drauf. Okay. 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 Jawohl. Nehmen wir das Teil. Okay. Stufe 20 haben wir recht. Gibt es Trophäen? Gibt es? Cool. Direkt ab. Schuss. Niemand landet. Aber es tut mir doch hin. Aber es tut mir doch hin etwas unbekannt. Saat sich. Ja. Hier können wir. Ja. Wir gehen zu Ostern. Ja. Ja. Was ist das? 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 Okay. 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 Jetzt kommen wir gleich noch weiter in die Nebenkweste. Ich muss gerade noch die anhängen. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas hinlegen. Äh, da hier. Äh, oh jetzt. Es gibt da etwas, das... Ja, erzähl nochmal. Sei gewarnt, halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Speer sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist, es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Okay, Ruhelassen, also. Ruhelassen wirken. Ah stimmt, da sind wir auch noch nichts sehen. Oh, das stimmt. 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 Uess, Und da ist heute blauig sie Oh, come on. mit deiner reinkampfen da das war knapp fremde wir stehen in deiner schuld na bitte ganz schön ok eine ruine der alten welt vielleicht die von der die utaro in reinklang erzählt hat mal sehen ob es drin etwas nützliches gibt das ist das ist das ist das ist Es gibt viel Zäure, um die zu erledigen. Ich bin fast hier, um die wir wegzuhren. Es gibt viel Zäure. Du hast ja schon wieder nach unten. Ich habe den Schluck auf den Weg. Okay, den Pokdiolo Tasche. Erlidigt! 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 Eine alte Lore! Ob sie sich noch bewegen lässt? doch weiter geht's nicht wofür ist dieser schalter da blöken der schalter kontrolliert die schienen bewegen wir das ding in dem raum ist irgendeine licht aber jetzt zieh ich die anderen denn die kaste Strasse Ah jetzt Warum was da oben ist? Du willst richten Passwover. Ähm, vielleicht ist er da nicht balanciert. das ist gerade ein Schlüssel für eine ok Ein Schlüsselmodul. Perfekt. Ah, die Silke ist ein bisschen hakelig ab. Was ist denn bei einem Baujahr? 123. Ob das vorhin gesehen ist. So vorhin noch besuchen. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, ob es gesehen wird. Oh, da ist auch noch etwas drin. Interessant. Also, da. Danke nochmals, okay. Danke nochmals, dass du meine Pflanze geisst. Die kann ich nachvollziehen. Sollte von der Lebenden versorgt werden. Ich habe den Zugangscode auf das Baujahr eingestellt. In dem die Station gebaut wurde. Das könnte helfen. Das hätten wir, ja. Ähm. Aber wir müssen den Zugang nachher. Ich würde mich jetzt mal unterbrechen. Okay, wir müssen, wenn wir ihn dir zirken. Wir müssen den Zugang nachher. Der Geruch, den Zugang nachher. Der Geruch, den Zugang nachher. Hadn wir zu wenig. Ist es nicht so schön. Heidoi! Ist doch ein wenig ein Totsch beim Klettern. Ich bin da vorhin gesehen. Das ist mir vielleicht die Orientierung. Ah, hier. Gau doch da. Dann mal los. Man braucht einen Code. Ich habe in der Ruine Daten gefunden, die vielleicht helfen. Sieht ab. Ich habe das Sprint aus mir jetzt. Ich habe das Sprint aus mir jetzt. Ich habe das Sprint aus mir gesehen. Ich habe das Sprint aus mir gesehen. Ich habe das Sprint nicht runtergeleitet. Ah, jetzt. Ich habe das Sprint aus mir gesehen. Wohin jetzt? Mit dem Torf. Das ist richtig. Scheiße. Ich habe das Sprint aus mir gesehen. Ich habe daswestern. Das���من. Das ist hartlich. Ich habe das alte Klettern. Das ist ein Schlaubert. Okay. Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. So, das stimmt mir jetzt aber nicht unbedingt. Ah, jetzt habe ich aber jetzt noch. Bewegen wir das Ding. Okay. Ja, haben wir das auch. Okay, ich habe das Relikt. Relikt abgeschlossen. Traf er halt. Dicht zu Athenas Koordinaten. Ich denke, wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch noch einen Like gefallen hat, dann lasst mir das Abo da. Tschüss. 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 Tschüss.